Wenn man es nicht braucht, dann steht es wie eine Eins, dieses Mikro. Ja, liebe Gemeinde, Gottes Wort ist wirklich toll, ist wunderbar. Es enthält so viele Schätze und Reichtümer. Und deswegen kommen wir jeden Sonntag zurück zum Wort Gottes. Nicht zu Nachrichten, nicht zu irgendwelchen anderen Illustrierten, sondern zum Wort des lebendigen Gottes. Und heute geht es weiter im Römerbrief. Und ich möchte euch einladen, mit mir den Text zu lesen aus Römer, Kapitel 15, ab Vers 29. Das Ganze dann bis, ja, eigentlich habe ich es da noch falsch drin, bis Vers 29 lesen wir, nicht bis 33. Paulus schreibt hier, Darum bin ich noch auch oftmals verhindert worden, zu euch zu kommen, da ich jetzt aber in diesen Gegenden keinen Raum mehr habe, wohl aber seit vielen Jahren ein Verlangenhege zu euch zu kommen, so will ich auf meiner Reise nach Spanien zu euch kommen, denn ich hoffe, euch auf der Durchreise zu sehen und von euch dorthin geleitet zu werden, wenn ich mich zuvor ein wenig an euch erquickt habe. Jetzt aber reise ich nach Jerusalem im Dienst für die Heiligen. Es hat nämlich Mazedonien und Achaia gefallen, eine Sammlung für die Armen unter den Heiden in Jerusalem zu veranstalten. Es hat ihnen gefallen und sie sind es ihnen auch schuldig, denn wenn die Heiden an ihren geistlichen Gütern Anteil erhalten haben, so sind sie auch verpflichtet, jenen in den Leiblichen zu dienen. Sobald ich nun das ausgerichtet habe und ihnen diese Frucht gesichert habe, will ich über euch weiterreisen nach Spanien. Ich weiß aber, dass wenn ich zu euch komme, ich mit der Segensfülle des Evangeliums von Christus zu euch kommen werde. Ich ermahne euch bis hierhin, ich habe gesagt bis Vers 29, jetzt wollte ich schon selber weiterlesen. Das ist, meine Lieben, der Text für heute. Und was wir hier sehen, sind die Reisepläne des Paulus. Und sie scheinen, ich weiß nicht, wie es euch ergeht, aber wenn ich diese Worte lese, dann scheinen sie wie der Abspann eines Films zu sein. Ihr wisst ja, da wo die Namen kommen und dann kommen noch ein paar unschöne Bilder, die einem nichts sagen und was macht man dann immer? Aus. Oder in diesem Fall, bei diesem Text, man liest mit doppelter Geschwindigkeit. Und dann freut man sich, wenn man beim ersten Korintherbrief wieder gelandet ist. Meine Lieben, aber wir wollen uns von der scheinbaren Schlichtheit dieses Textes nicht beirren lassen, denn dieser Text hat Größe und Glanz und er kann und muss in uns tiefe Spuren hinterlassen, in unserem Leben und in unserem Denken. In diesen Worten liegt ein Feuer, ein unauslöschliches Feuer, im Allerheiligsten der Gegenwart Gottes entzündet, das von Paulus auf dich und mich übergehen soll und dein ganzes Leben entfachen soll, bis es lichterloh brennt für die Sache des Herrn. Von Martin Luther stammt folgender Satz, er sagte, der Glaube, und er meinte rettenden Glauben, ist ein geschäftigtätig Ding. So sprach man ja früher. Der Glaube ist ein geschäftigtätig Ding. Ja, echter Glaube ist kein Faulenzer, sondern ein Fleißbündel. Er legt nicht die Beine hoch, sondern er krempelt die Ärmel hoch und macht sein Dienst und sein Werk für den Herrn. Somit folgt dem wahren Glauben oder dem wahren Heil, Heiligung und Hingabe. Es bedeutet, am Ende des Tages das Heil zu haben, die Waffen des Widerstandes zu strecken und sich der Sache des Herrn mit Haut und Haaren zu verschreiben. Nichts weniger ist das Christentum. Dieses alte Lied ist das Lied der Christen. Das Lied der Christen muss es sein. Und somit ist Christsein am Ende des Tages kein Tagesplan, kein Wochenplan, kein Arbeitsplan, sondern ein Lebensplan. Wir suchen die Ehre Gottes durch das Festhalten an der Gerechtigkeit Gottes, durch das Bauen am Reich Gottes und durch die Veränderung in das Wesen Gottes. Das ist die Hauptbaustelle unseres Lebens. Das ist unser Fulltime-Job. Das ist das Hobby unseres Lebens. Das steht im Arbeitsvertrag, den du unterzeichnet hast, an dem Tag, an dem du Christ geworden bist. Und damit haben wir als Christen eine radikal andere Sicht auf diese Welt als die Menschen um uns herum. Peter Fox, ich weiß nicht, ob der jemandem was sagt, zeigte die Lebenspläne der Menschheit um uns herum, der Welt um uns herum sehr, sehr einprägsam. Mit folgenden Worten. Und am Ende der Straße, schrieb er, steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich habe 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauche nicht rauszugehen. Ihr kennt das, oder? Oder ich glaube jedenfalls, dass einige das kennen. Aber das beschreibt die Lebenspläne dieser Welt. Doch die Lebenspläne eines Christen haben ganz anderen Schwerpunkt. Sie gehen über die Grenzen dieser sichtbaren Welt hinaus und zielen in die Unendlichkeit der Ewigkeit. Ja, Christen erwarten die Ewigkeit, die herrliche Gemeinschaft. Dort im Himmel, mit dem dreieinigen Gott. Und sie warten auf dieses neue Jerusalem. Die neue Stadt, in der Gerechtigkeit wohnt. Dahin blicken sie. Denn wir haben keine bleibende Stadt, oder hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen sie. Mit diesen Worten wurden die Christen damals getröstet. Und mit diesen Worten wollen auch wir uns an unsere Prioritäten erinnern. Diese Worte, das muss das Fenster sein, in das wir in diese Welt hineinschauen und alles um uns herum bewerten. Und so, meine Lieben, lebten die Christen schon immer. Sie bestimmten durch das Unvergängliche alles andere, alles Vergängliche. Und so lebten die Glaubensväter, die Giganten des Glaubens, und einer von diesen Giganten ist Paulus. Wir könnten sagen, Paulus hat uns bisher im Römerbrief gezeigt, was unser Verstand glauben soll, aber jetzt hier in diesem Text zeigt er uns, wie unser Herz ticken soll. Das ist der Abschnitt des Textes. Wofür sollen wir leben? Wofür sollen wir brennen? Wir sehen also in diesem Text, was Paulus und wir sehen seine Reisepläne und aus seinen Reiseplänen wollen wir heute Lebenspläne ableiten. Lebenspläne, die aus Ewigkeitsperspektive wirklich lebenswert sind. Und deshalb auch der Titel der Predigt Lebenswerte Lebenspläne. Und zwei Schwerpunkte möchte ich heute setzen. Und zwar erstens mein Wille meinem Herrn und zweitens meine Mittel seinem Reich. Das ist die Gliederung. Mein Wille meinem Herrn und meine Mittel seinem Reich. Kommen wir zum ersten Punkt. Mein Wille meinem Herrn. Und hier sehen wir einen Paulus oder in diesem ganzen Text sehen wir einen Paulus, der sich durch drei Merkmale auszeichnet. Und durch diese drei Merkmale wird deutlich, dass sein Wille seinem Herrn gehört. Und diese drei Merkmale sind Paulus ist ergeben, Paulus ist unermüdlich und Paulus ist ein nachdenklicher Mensch. Ergeben, unermüdlich und nachdenklich. Seine Ergebenheit sehen wir in Vers 22. Schaut auf diesen Text. Darum bin ich auch oftmals verhindert worden, zu euch zu kommen. Und immer wenn wir ein Darum hören, dann fragen wir, warum? Genau. Da seid ihr ja. Also, warum wurde Paulus also aufgehalten? Warum wurde er verhindert? Er hat uns das geschrieben und zwar in den Versen, die da vorkommen. In Römer 15, Vers 20 lesen wir, dabei mache ich es mir zu Ehre, das Evangelium nicht dort zu verkündigen, wo der Name des Christus schon bekannt ist, damit ich nicht auf den Grund eines anderen baue, soll, sondern wie geschrieben steht, die, denen nicht von ihm gehört, die, denen nicht von ihm verkündigt worden ist, sollen es sehen und die, welche es nicht gehört haben, sollen es verstehen. Das heißt, Paulus sollte nicht dort predigen, wo das Evangelium schon Fuß gefasst hat. Mit anderen Worten war Paulus nicht dazu berufen, ein langjähriger Ältester einer Gemeinde zu sein, so wie zum Beispiel Jakobus, der Bruder des Herrn, der in Jerusalem lebte, wirkte und dort auch dem Märtyrer Tod starb. Nein, Paulus sollte ein Pioniermissionar sein. Er sollte die Unerreichten erreichten, er sollte pflanzen und nicht begießen. Er sollte sich nicht, oder er wollte sich dann auch, nicht in gemachte Nester setzen, sondern neue Nester bauen. Und die Ergebenheit zu seinem Auftrag, das ist es, was ihn weghielt. Das ist es, was ihn aufhielt, sogar einen langjährigen Wunsch umzusetzen. Paulus war auch nur ein Mensch, der hatte langjährige Wünsche und Träume. Und hier ist sein langjähriger Wunsch. Viele Jahre hatte er ein Verlangen, nach Rom zu kommen. Das war ein langjähriger Wunsch. Nun, er wollte nicht nach Rom, weil er das Kolosseum oder den Petersplatz sehen wollte. Nein, da gab es eine andere Attraktion für ihn, und zwar die Gemeinde. Da wollte er hin. Aber dem Willen Gottes ergeben, wollte er nicht seine Wünsche ausleben. Er war dem Herrn ergeben und so hatte Selbstverwirklichung in seinem Leben keinen Platz. Ja, der Wille Gottes war und ist der beste Ort, meine Lieben, für Paulus und für dich und auch für mich. Es ist der beste Ort, an dem wir sein können. Ja, wer in der Ausgeglichenheit des gesamten Willens Gottes lebt, der ist wie ein Fisch im Wasser. Eine Kreatur, der es gar nicht besser gehen kann. So sehen wir es auch an Paulus. Er lebte im Willen Gottes und für Selbstverwirklichung hatte er keine Zeit. So lebten die Giganten des Glaubens und einer von ihnen, David Livingston, hat es mal folgendermaßen ausgedrückt. Er sagte, ich wäre lieber im Herzen Afrikas, im Willen Gottes, als auf den Thron von England, außerhalb des Willens Gottes. Mein Lieben, nichts schafft mehr Freude, mehr Gelassenheit, mehr Gewissheit und mehr Kraft, als im Gleichgewicht mit dem Willen Gottes zu leben oder im Gleichschritt mit dem Willen Gottes zu gehen. Aber der Wille Gottes, meine Lieben, ist nicht nur der beste Ort, an dem wir sein können, der gesündeste Ort, an dem du sein kannst, es ist auch der sicherste Ort im Universum. Sicherer als das weiße Haus oder sicherer als ein Atomschutzbunker. Und ich möchte nicht in deinen Schuhen stecken, wenn du diesen Pfad des Willen Gottes verlässt oder ihn nicht erst betrittst. Ja, es birgt Gefahren, selbst für Christen. Paulus schreibt, und schaut mal, die Ernsthaftigkeit seiner Worte, er schreibt über sich selber, wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündigen würde. Mit anderen Worten, wehe mir, würde ich nicht im Willen Gottes stehen. Meine Lieben, lasst uns einmal kurz zurückschauen ins Alte Testament und an Jona denken. Was wollte, was hatte Jona? Er hatte einen Auftrag, aber er hatte andere Pläne und so lief er in die andere Richtung. Übrigens wollte er auch nach Spanien. Also im Prinzip lebt er ein bisschen auf anderem Fuß, aber er merkt schnell, wow, das war nicht meine beste Idee, nicht wahr? Weil Gott schickt eine Katastrophe nach der anderen. Erst der Sturm und dann eine Bauchreise im Fisch. Ja, da merkt er, das war nicht meine beste Idee. Und das passiert nicht nur den Menschen in der Bibel, auch ein John MacArthur berichtet davon, er als junger Mann wollte er Footballspieler werden, obwohl er auch schon den Ruf als Pastor verspürt hatte. Aber Gott führte es dann so, dass er einen schrecklichen Autounfall hatte und er wurde aus dem Auto geschleudert und dann hat der Asphalt seinen Rücken abgeschliffen und er verbrachte drei Monate auf der Intensivstation und am Ende des Tages sagt er sich, okay, wenn Gott so mit mir redet, dann sollte ich ihm nicht länger widersprechen. Mein Lieben, es ist wirklich, kann wirklich gefährlich sein, die sich dem Willen Gottes zu widersetzen. Aber selbst dann, wenn Gott bei dir nicht so harte Wege einschlägt, ist es trotzdem ein bedauernswerter Schicksal, wenn du nicht im Willen Gottes lebst. Denn entweder wird dein Vater seine strafende Hand erheben oder er wird seine segnende Hand wegziehen und dann wird dein Leben freudlos und schwer. Freudlos, weil so manch einer keine Heilsgewissheit hat, obwohl er Gott bekennt, aber vor seinem Willen davon rennt. Sie führen ein Leben in Eigenregie und betrüben so den Geist Gottes und dann hört er auf zu bezeugen, dass du ein Kind Gottes bist und dann hat Satan leichtes Spiel. Und noch mehr Christen leben ein treuloses oder ein trostloses Dasein, weil sie Gottes Wirken und Gottes Gegenwart einfach nicht erleben. Sie erleben keine Gebetserhöhung, sie erleben keinen Fortschritt im Dienst, sie erleben keine Heiligung mehr. Alles liegt brach und ist öde. Warum? Weil sie Gott nicht mehr erleben, weil sie nicht mehr mit Gott leben und so gilt willst du in deinem Leben Gott sehen, dann musst du mit ihm gehen. Mit ihm gehen bedeutet sein Willen zunächst einmal zu verstehen und dann darin zu stehen in seinem Willen. Deswegen darf ich dich an dieser Stelle fragen, kennst du den Willen Gottes für dein Leben? Kennst du das? Vielleicht etwas konkreter, kennst du deine Gabe? Denn nur wer seine Gabe kennt, der kennt auch seine Aufgabe. Und deswegen meine Frage an dich, fragst du noch, Herr, wo willst du mich haben? Was soll ich tun? Was sind meine Gaben? Wenn du diese Fragen nicht mehr stellst und keine Antworten auf diese Fragen hast, dann kann ich dir mit Sicherheit sagen, du lebst nicht im Willen Gottes. Und dann sollten wir noch eine Sache bedenken, willst du Gott befrieden, dann werden Menschen dich unter Umständen bekriegen, aber selbst wenn sie dich ins Feuer oder zu den Löwen bringen, wir erinnern uns an Daniel und seine Freunde, sie werden dich nicht bezwingen. Willst du allerdings das Lied der Menschen singen, wirst du den Schöpfer gegen dich aufbringen. Egal wohin dich Menschen dann bringen, es wird dir misslingen, sich vor Gott zu verstecken. Seine Allmacht kannst du nicht überwinden und seine Allgegenwart ihr kannst du nicht entschwinden. Und deswegen ergib dich dem Willen Gottes. Du hast sowieso keine Chance dagegen. Und du kannst nur verlieren. Meine Lieben, wir sehen bei Paulus aber nicht nur Ergebenheit, sondern auch Unermüdlichkeit. Er ist unermüdlich. Und das sehen wir in den Umständen, unter denen der Römerbrief geschrieben wurde. Oder auch diese Worte, dieser Abschnitt, den wir im Römerbrief lesen. Paulus schreibt nämlich aus der griechischen Hafenstadt Korinth. Und das am Ende seiner dritten Missionsreise. Mittlerweile ist er ein verhältnismäßig alter Mann. Wir könnten sagen ein Greis, eine Rarität, weil die Menschen in der damaligen Zeit eine Lebenserwartung im Durchschnitt von 30 Jahren hatten. Er ist in etwa 52 Jahre alt. Und sein alter Körper hat viele tausend Kilometer auf dem Kilometer stand. Und damit nicht genug ist sein ganzes Leben ein einziges Märtyrium bis hierher gewesen. Märtyrium ist seine einzige Qual. Er beschreibt das im zweiten Korinther Brief. Schaut euch das an. Von den Juden habe ich fünfmal 40 Schläge weniger ein empfangen. Dreimal bin ich mit Ruten geschlagen. Einmal gesteinigt worden. Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. Ich bin oftmals auf Reisen gewesen. In Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren vom eigenen Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, also überall Land, Heiden, Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Arbeit und Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hunger und Durst, oftmals in Fasten, in Kälte und Blöße, zu alledem der tägliche Andrang zu mir die Sorge für alle Gemeinden. Meine Lieben, ein einziger Spieß Ruten Lauf, das wäre kein schlechter Titel für die Biografie von Paulus Leben gewesen. Er war wirklich ein Mann, der viel durchlebt hat. Doch hier in Korinth, wo er den Brief schreibt, ist er endlich, hat er endlich ein ruhiges Fleckchen Erde gefunden, hier in Korinth. Ein Ort, wo er ausnahmsweise nicht aus der Stadt gejagt wird und in der er nicht um sein Leben bangen muss. Ja, sogar der Stadthalter der Stadt hat sich für Paulus eingesetzt und er hatte den Feinden des Christentums dort in Korinth einen Maulkorb versetzt oder verteilt und der Leiter des jüdischen Mobs, also der Feinde des Christentums, der wurde vor aller Öffentlichkeit verprügelt. Aber Paulus lebte in Sicherheit und damit noch nicht genug, hatte er dort eine Offenbarung bekommen, dass er hier nicht verfolgt wird und dass Gott in Korinth ein großes Volk hat. Meine Lieben, hier hat er wirklich eine Oase gefunden, fernab der Verfolgung, ein Ort, an dem man gut alt werden kann. Ein Ort für die Rente könnten wir sagen. Ja, die Gemeinde an dem Ort war nicht so leicht, aber was ist das schon, wenn das Leben mindestens in Sicherheit ist. Aber meine lieben Paulus denkt hier nicht an Alters, Teilzeit oder Altenheim. Schaut mal, was er schreibt. In dieser Phase, das müssen wir uns vor Augen führen. Alter Mann ist an dem Ort, wo es ihm gerade richtig gut geht. Und er schreibt, da ich jetzt aber in der Gegend keinen Raum mehr habe, wohl aber seit vielen Jahren ein Verlangen hege, zu euch zu kommen, so will ich auf meiner Reise nach Spanien zu euch kommen. Er sagt, ich habe hier in Griechenland keinen Raum mehr, weil ich die wichtigen Knotenpunkte, die wichtigen Orte erreicht habe und das Evangelium ist überall hingekommen und deswegen muss ich wo anders hin. Und deswegen plant dieser alte Mann nicht seine Rente, sondern noch mal eine Weltreise, weit weg ans westliche Ende der damaligen Welt nach Spanien. Siehst du seine Unermüdlichkeit? Und deswegen meine Frage, kennst du diese Unermüdlichkeit bei dir im Leben oder befindest du dich schon mit knapp über 30 in Altersteilzeit? Ja, du kannst sagen, ich war Verkäuferin, ich war Anlagenführerin oder Führer oder Krankenschwester, aber jetzt bin ich im Ruhestand, das kannst du sagen, aber du kannst niemals sagen, ich war ein aktives Mitglied in der Gemeinde, aber jetzt habe ich mich zur Ruhe gesetzt, das kannst du erst sagen oder auch nicht sagen, wenn sich der Grabdeckel über dich geschlossen hat. Dann beginnt erst die christliche Rente, das lesen wir oder von dieser christlichen Rente lesen wir in Offenbarung 14, 13 Und so hoffe ich um deiner Freude willen, dass du nicht aufhörst, große Ziele für den Herrn anzustreben, so wie Paulus hier, fast am Ende seines Lebens zieht er nochmal los. Ich weiß nicht, ob der Name Wayne Mack euch was sagt, alle die in irgendeiner Form was mit Seelsorge zu tun haben, die kennen ihn. Der Mann ist mit meiner meines Wissens nach ist er in Rente gegangen und dann ist er nach Südafrika ausgewandert um dort an einer neuen Bibelschule zu dienen als Seelsorger. Vielleicht sagst du ich bin zu alt um was Neues zu starten auch vielleicht was Neues zu lernen und vielleicht lassen es meine familiären Umstände nicht zu ich möchte das nicht kleinreden dass das durchaus zu Problemen führen kann aber ich möchte dich an dieser Stelle mal an John Knox erinnern John Knox war ein schottischer Reformator und dieser Mann hat Schottland wahrlich auf den Kopf gestellt und sogar die Königin von Schottland hatte John Knox gefürchtet also eine beeindruckende Persönlichkeit aber das wirklich Besondere an ihm war dass er sehr spät in den Dienst berufen wurde und nachdem er in den Dienst berufen wurde begann er wurde in den Dienst berufen und dann ging es weiter mit Verfolgung und dann wurde er von den Franzosen gefangen genommen und musste 19 Monate auf einer französischen Galere als Sklave arbeiten dann kam er zurück nach England und es fing wieder mit Verfolgung an und dann musste er fliehen und zwar nach Genf und da war er schon knapp über 40 und dort begann er die Bibel ins Englische zu übersetzen und meine Lieben dort begann er im Alter von 42 Jahren nochmal Griechisch zu lernen und damit nicht genug mit 47 legte er noch eine Schippe drauf und lernte auch Hebräisch er versteckte sich nicht hinter seinem Alter sondern war unermüdlich für die Sache des Herrn solange ich da bin solange kann ich wirken und auch beim EBTC habe ich von einer Frau gehört die noch mit über 70 Jahren angefangen hat Seelsorge zu studieren warum weil sie sich gesagt hat ich möchte den jungen Frauen in meiner Gemeinde dienen solange ich Zeit habe solange möchte ich dienen im Himmel beginnt dann meine Rente du musst nicht griechisch lernen du musst auch nicht hebräisch lernen aber du darfst auch nicht aufhören zu lernen es gibt so viele sachen die wir lernen müssen und verbessern können um dem herrn noch besser zu dienen heute als wie gestern und so sagte jemand mal wer christus liebt der sucht nach möglichkeiten um ihm zu dienen wer sich aber ausruhen möchte der sucht nach ausreden warum er es nicht tun kann zu welcher Gruppe gehörst du wenn dich jemand fragt schießen dir dann fünf möglichkeiten in den kopf warum es nicht geht etwas zu tun oder denkst du über möglichkeiten nach wie du es tun kannst mein lieben wir kennen das hier ist noch eine frage die du dir stellen kannst kennst du dieses prinzip seit brennend im geist kennst du das nur aus der bibel findest du das auch noch immer in deinem leben an dieser stelle möchte ich etwas zur balance sagen und zwar brauchen wir einander damit aus brennender leidenschaft nicht der ein oder andere verbrennt in ungesunden fanatismus das ist wahr aber ganz ehrlich ich mache mir mehr sorgen ich mache mir mehr Sorgen um brennende leidenschaft als um biblische ausgewogenheit deswegen schau auf die ewigkeit und sei unermüdlich für den Herrn sei unermüdlich für den Herrn mein lieben wir paulus ist nicht nur ergeben er ist auch unermüdlich und er ist auch ein sehr nachdenklicher typ ein sehr nachdenklicher typ eine eigenschaft die auch bei uns in unser leben übergehen soll wo sehen wir das nun schaut in den vers 24 da heißt es so will ich auf der reise nach spanien zu euch kommen denn ich hoffe euch auf der durchreise zu sehen und von euch dorthin geleitet zu werden wenn ich mich zuvor ein wenig an euch erquickt habe nun paulus will nach spanien und und wir sollten um diesen nachdenklichkeit sollten sollten uns die frage stellen warum eigentlich nach spanien warum will ein paulus jetzt als nächstes in den westen nun er könnte doch auch jetzt nach norden nach germanien oder er könnte in den süden nach karthago oder alexandrien nun hier können wir zwei sinnvolle annahmen treffen wenn wir nämlich paulus leben betrachten daraus können wir es ableiten wenn wir nämlich die bisherigen reisen von paulus untersuchen stellen wir fest dass er nicht jedes dorf abklappert sondern er sucht sich die großen handelsstädte aus und hier auf den marktplatz hören dann die leute das evangelium auch von den gemeint die dort gegründet werden und dann tragen sie das evangelium mit ihren handelsgütern zurück in ihr dorf und so kann das evangelium sich verbreiten und so hat auch das evangelium in der vergangenheit viel bodengut gemacht indem die menschen so vorgegangen sind aber paulus ist nicht nur auf großstädte fokussiert paulus ist vor allem auch auf die türkei und insbesondere auf griechenland fokussiert vor allem in seiner dritten missionsreise hat er hat er griechenland zum ziel und auch das meine lieben ist gut überlegt paulus ist ein nachdenklicher mensch warum ist das so wir müssen wissen dass zur damaligen zeit rom das zentrum der militärischen und wirtschaftlichen macht war aber das zentrum der intellektuellen macht das war griechenland hier war die gedankenschmiede der antike hier wurden neue ideen und weltanschauungen kreiert und dann in die ganze welt exportiert ja sogar die römer schickten ihre kinder nach griechenland an diese schulen und damit war griechenland das was die usa heute ist die geburtswiege neuer ideen hier wurden diese ideen gedacht und dann in die welt gebracht und deswegen passt auch spanien meine lieben so gut ins bild denn spanien ist zur zeit des paulus das die neue aufkommende gedankenschmiede ich weiß nicht ob euch der name senneke was sagt alle die mit latein zu tun haben die kennen ihn wahrscheinlich senneke ein großer staatsmann er war der erzieher und berater von kaiser nero und das ist nur einer der berühmten namen die aus dieser zeit aus spanien kam und paulus weiß wenn wir diese gedanken diese gedanken fabriken das heißt griechenland und dann spanien besetzen oder infizieren können dann werden wir schon bald auf das ganze römische reich einfluss generieren können mit anderen worten wir müssen diese schlüssel stellen besetzen und dann wird das evangelium wie im wasserfall prinzip die ganze welt erreichen siehst du hier diesen nachdenklichen paulus er denkt sich wie kann ich mit den möglichkeiten die ich habe mit den umständen in denen ich stehe gott am effektivsten dienen aber schau noch mal genau hin er macht sich nicht nur gedanken er macht sich nicht nur gute vorsätze und schwelgt oder denkt sich gute pläne aus so wie wir an Silvester nein er denkt auch über ganz konkrete Schritte nach wie er dahin kommt mit anderen worten er plant nicht nur was er tun will er plant auch sehr genau wie er es tun will das heißt er plant nicht nur das Ziel sondern auch die Zwischenstopps zum Beispiel in Rom damit er dort körperlich und geistlich auftanken kann und so von ihnen auf seiner Reise unterstützt werden kann meine Lieben wisst ihr viele planen viel aber schaffen nichts sie nehmen sich viel vor aber tun es dann nicht weil sie zwar über Ziele nachdenken die schön sind aber niemals über konkrete Schritte nachdenken wie sie das Ziel erreichen sie sagen sich ich möchte dem Herrn dienen aber das war es dann schon mit ihrer Gedanken Welt und dann verblasst dieser Wunsch und ist bald vergessen deswegen meine Lieben muss jeder Christ diese paulinische Nachdenklichkeit haben und das ist kein Paulus Merkmal sondern ein wirkliches Christen Merkmal dass wir uns Gedanken machen wie kann ich in der Situation in der ich bin mit den Möglichkeiten die ich habe das maximale für das Reich Gottes raus bekommen wie kann ich dienen wo kann ich dienen wie kann ich meinen Dienst verbessern was muss ich lernen was kann ich lernen was braucht die Gemeinde was ich geben kann und so wünsche ich dir diesen lebenswerten Lebensplan mein Wille meinem Herrn und möge sich das durch Ergebenheit Unermüdlichkeit und konkret werdende Nachdenklichkeit zeigen mein Wille gehört meinem Herrn meine Lieben das bringt uns zu unserem zweiten Punkt heute meine Mittel seinem Reich meine Mittel seinem Reich das ist ein lebenswerter Lebensplan doch bevor es für Paulus jetzt über Rom nach Spanien geht sagt er ist noch ein Zwischenstopp von Nöten Hintergrund ist eine Sammlung für die armen Heiligen in Jerusalem die Heiligen in Jerusalem ist ein Ausdruck für die Christen in Jerusalem und es wird uns gesagt dass sie arm sind jetzt habe ich euch diesen Vers gar nicht gezeigt aber wir finden das in Vers 25 jetzt aber reise ich nach Jerusalem im Dienst für die Heiligen und es wird von Nöten weil sie arm sind und wir können uns die Frage stellen warum sind sie arm im Hintergrund ist eine Hungersnot die das Land heimgesucht hat sie und diese Hungersnot die kennen wir aus Apostelgeschichte 11 da hat Agabus sie vorhergesagt der Prophet Agabus Agabus und damit nicht genug also es gab eine Hungersnot aber damit nicht genug es gab auch Verfolgungswellen immer wiederkehrende Verfolgungswellen das kannst du zum Beispiel in Hebräer 10 die Verse 32 bis 34 nachlesen da lesen wir davon dass ihnen alle Güter geraubt wurden und außerdem war in Jerusalem der größte Arbeitgeber uns bekannt nämlich der Tempel und der Tempel die diejenigen die die hohen Position besetzt haben das waren die Sadduzeer und das waren entschiedene Gegner des also haben Christen in diesem Tempeldienst oder alles was damit zu tun hatte keine Job Möglichkeiten mehr und so waren sie bitter arm und das blieb im weiten Griechenland dann nicht unbemerkt hier lesen wir es nämlich in Vers 25 jetzt aber reise ich nach Jerusalem im Dienst für die Heiligen es hat nämlich Mazedonien und Achaia gefallen eine Sammlung für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem zu veranstalten wir lesen hier von den Regionen Mazedonien und Achaia Mazedonien ist die Region des nördlichen Griechenlands hier stand die Wiege von Alexander dem Großen dem Bezwinger der Perser und dem Beherrscher eines riesigen Weltreiches aber für uns viel interessanter ist dass dort auch die Gemeinde zu Philippi oder Thessalonich oder auch Beröer war Achaia hingegen ist das Kernland von Griechenland das ist weiter südlich und dazu gehören die Städte und dann auch die Gemeinden in Athen King Kräa oder auch Korinth und es heißt hier dass die Gemeinden Gefallen daran hatten ihren Geschwistern zu helfen und Gefallen kann auch mit tiefer Zufriedenheit oder Bereitwilligkeit oder auch Begehren übersetzt werden sie hatten das tiefe Verlangen zu helfen und dieses Feuer der Anteilnahme wurde in Mazedonien entzündet das lesen wir jetzt nicht in diesem Text sondern in 2. Korinther 8 da lesen wir folgenden Text wir wollen euch aber ihr Brüder die Gnade Gottes bekannt machen die den Gemeinden in Mazedonien gegeben worden ist in einer großen Prüfung der Bedrängnis hat ihre überfließende Freude und ihre tiefe Armut die Schätze ihrer Freigiebigkeit zu Tage gefördert denn nach ihrem Vermögen ja ich bezeuge über ihr Vermögen hinaus waren sie bereitwillig und sie baten uns mit viel Zureden man musste man musste sie nicht bitten sie haben gebeten dass wir die Liebesgaben und ihre Gemeinschaft am Dienst für die Heiligen annehmen sollten meine Lieben wir kennen alle diese verheerenden Waldbrände in den letzten Jahren in Griechenland nicht wahr und so eine Art Feuer breitete sich diesmal nicht im Süden sondern im Norden aus und hat dann ganz Griechenland erfasst nämlich das heilsame Feuer der Anteilnahme und der Hilfsbereitschaft eine Anteilnahme die am Ende auf Gottes Wirken zurückzuführen ist beachtet da den ersten Satz wir wollen euch aber ihr Brüder die Gnade Gottes bekannt machen die in den Gemeinden Mazedonien gegeben worden ist und bemerkenswert an dieser Stelle ist dass diese Gemeinden in Mazedonien auch noch sehr jung waren Gemeinden die sprichwörtlich in den Kinderschuhen stecken aber die ihrerseits schon vertraut waren mit den dunklen Stunden der Verfolgung es gab Aufstände gegen sie ganze Städte gerieten in Aufruhr wegen ihnen man brach in ihre Häuser ein und sie wurden in aller Öffentlichkeit verprügelt und die Offiziellen schauten einfach nur zu das lesen wir auch in diesem Abschnitt da heißt es nämlich in einer großen Prüfung der Bedrängnis da hinein hatten sie diese Botschaft gehört und waren Feuer und Flamme ihren Geschwistern zu helfen sie öffneten ihre Ohren und ihre Herzen und am Ende auch ihr Portemonnaie und dann krempelten sie ihre Arme die Arme ihrer geschundenen Hände hoch um zu sammeln obwohl sie selber bitterarm waren und es berührte sie tief was da in 3000 Kilometer Entfernung geschah bei Menschen die sie noch nie gesehen hatten es wäre ein leichtes gewesen zu sagen wir haben hier unsere eigenen Probleme was geht mich das am anderen Ende der Welt an ich habe meine eigenen Probleme und sowieso wer weiß ob das nur ein Gerücht ist kann ja auch sein dass da nur irgendjemand mein Geld will doch all das dämpfte den Hilferuf nicht ab darf ich dich fragen berührt es dich wenn du Menschen leiden siehst wenn du hörst wie andere leiden ganz besonders Christen leiden was empfindest du wenn du hörst dass Geschwister in der Ukraine oder in Israel vielleicht sogar auch jetzt im Gaza Streifen leiden was empfindest du da hast du dich vielleicht angehört angewöhnt um bewusst wegzuhören weint mit den weint mit den weinenden kennst du das nur aus der Bibel oder findest du das auch noch in deinem Herzen ja ist deine Seele noch so empfindsam und hat sie gefallen ja Freude anzupacken zu helfen ja sogar tief ins Portemonnaie zu greifen um diesen Geschwistern beizustehen oh wenn sich Gleichgültigkeit wie Packeis über dein Herz gelegt hast dann bist du ein schlechtes Abbild deines Herrn denn wenn nicht sogar eine Karikatur die Gottes Namen in den Dreck zieht denn dein Gott den du mit deinen Lippen bekennst hört Hilferufe und er erhört die Hilferufe seines Volkes denn schau er hörte Israels schreien als sie in Ägypten waren und als sie geknechtet und misshandelt wurden und er blieb nicht tatenlos gleiches sehen wir im Buch Richter immer wieder versank Israel in Leid und rief dann den Namen des Herrn an und der Herr hörte sie ja Gott hat ein besonders offenes Ohr für die Armen schaut in Psalm 63 69 lesen wir der Herr hört auf die Armen und er verachtet seine Gefangenen nicht Gott hat ein weiches Herz und ein weites Ohr für die Seinen wie frech wäre es dann wenn wir sagen aber was geht mich das an ein und 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 wer diesen barmherzigen Gott mit seinen Lippen bekennt aber nichts als Egoismus kennt der wird über kurz oder lang zur Lachnummer der Gesellschaft und macht am Ende auch seinen Gott zur Lachnummer und hier steht deine ganze Glaubwürdigkeit auf dem Spiel meine Lieben diese Haltung kann auch etwas über deinen Glauben zeigen denn falscher Glaube schaut nicht nur weg vom Evangelium falscher Glaube schaut auch weg von den Nöten der Heiligen und vielleicht findest du auch hierin gerade hierin einen Grund dafür dass du keine Gebetserhöhung mehr erlebst denn schaut was in Sprüche 21 steht wer sein Ohr verstopft vor dem Schreien des Armen der wird auch keine Antwort erhalten wenn er ruft Oh wie sehr braucht die Gemeinde Gottes die Empfindsamkeit der Mazedonier und Achaia Welch Berge könnten versetzen und welch Crescendo der Anbetung erklingen wenn die Christenheit wieder eine Bande fröhlicher Geber wäre sie wäre eine Gruppe die man nicht übersehen kann und Paulus beschreibt das in 2. Korinther 8 und ich bitte dich pass auf da lesen wir Entschuldigung Kapitel 9 denn die Besorgung dieses Dienstes der Hilfsdienst für die Armen Jerusalem füllt nicht nur den Mangel der Heiden aus sondern ist auch überreich durch die vielen Dankgebete zu Gott indem sie durch den Beweis dieses Dienstes zum Lob Gottes veranlasst werden für den Gehorsam eures Bekenntnisses zum Evangelium von Christus und für die Freigebigkeit der Unterstützung für sie und für alle und in ihrem Flehen für euch werden sie eine herzliche Zuneigung zu euch haben wegen der überschwänglichen Gnade Gottes euch gegenüber weiß nicht ob ihr dem sofort folgen konntet aber stell dir mal vor und das Prinzip findet sich im Text stell dir mal vor du hast keine müde Mark oder keinen müden Euro mehr und der Kühlschrank ist leer und morgen musst du einkaufen gehen aber du weißt nicht womit dann ist da plötzlich der Umschlag mit 1000 Euro drin was wirst du empfinden du wirst als erstes staunen und anbetung empfinden weil du gott erfahren hast und genau das schreibt paulus hier durch dein geben werden andere gott erfahren und dann wird ihr glaubens gott vertrauen zementiert und ihre anbetung wird dann maximiert und ihre leidenschaft für gott explodiert eigentlich ist es gar nicht schwer anderen in der heiligung zu helfen nicht wahr wenn wir bereit sind ihnen zu helfen ihrer not aber wenn du geschwistern ihrer not beistehst wirst du nicht nur not beseitigen sondern unter umständen auch vorurteile missverständnisse verbitterung vielleicht vielleicht sogar feindschaft und groll so dass herzliche zuneigung florieren kann an dieser stelle müssen wir sagen genau das war das problem auch der juden und heiden und paulus schreibt leute wenn ihr das tut wenn ihr euer wenn sie das geld geben dann werden wird das große problem heiden und juden zunichte gemacht und damit kann dieser ist dieser hilfsstoff nicht nur oder dieser hilfsdienst nicht nur wirkstoff gegen die not er ist auch treibstoff für die anbetung er ist der klebstoff für die einheit und am ende wird er zum baustoff für das reich gottes denn wir wissen einheit fördert die glaubwürdigkeit und die strahlkraft der gemeinde und das war schon immer eines der größten werkzeuge in der hand gottes wenn Menschen in Einheit und echter Liebe zueinander leben dann bleibt das vor der Welt nicht ungesehen und vor diesem Hintergrund war Paulus eben bereit diese 6000 Kilometer Umweg zu machen um diese Aufgabe zu erfüllen öffne deine Ohren öffne dein Herz und öffne dein Portemonnaie und dann kannst auch du große Dinge bewegen im Leben anderer Menschen und Bedenke zu geben ist für Paulus kein wohlgemeinter Vorschlag sondern christliche Pflicht schaut was er sagt es hat ihnen gefallen und sie sind es ihnen auch schuldig denn wenn die Heiden an ihren geistlichen Gütern Anteil erhalten haben so sind sie auch verpflichtet jenen in den leiblichen zu dienen ja wir Christen sind es schuldig zu geben schuldig an den Anteil schuldig weil wir Anteil bekommen haben an den geistlichen Gütern das heißt Anteil an der Sohnschaft Anteil am Erbe und Anteil am Leib Christi und dieser Anteil nimmt uns dich und mich in die Pflicht wenn ein Zahn schmerzt dann leidet der ganze Körper dann putzt die Hand die Zähne und dann rennen die Beinchen zum Arzt nicht wahr Anteil am Leib verpflichtet und hier zeigt sich ob du die Lehre der Gemeinde wirklich verstanden hast die Lehre der man spricht auch die Lehre der Ekkliosologie Schuldigkeit durch Teilhabe das ist das Prinzip das Paulus hier anspricht und der Apostel Johannes beschreibt dasselbe im ersten Johannesbrief 3 Vers 16 schreibt er daran haben wir die Liebe erkannt dass er sein Leben für uns hingegeben hat auch wir sind es schuldig für die Brüder das Leben hinzugeben schuldig unser Leben hinzugeben nicht nur ein paar Pfennige sondern unser ganzes Leben darf ich dich mal ganz konkret fragen findet sich diese Schuldigkeit auf deinem Kontoauszug finden wir da einen Posten der diese Schuldigkeit abdeckt wenn du die Schulden für dein Auto dein Haus deine Miete bezahlt hast dann vergiss nicht es gibt noch eine Schuldigkeit die Geschwister in der Gemeinde und die Menschen in der Not da draußen Paulus schreibt dazu ganz ausdrücklich aus die Epheser wer gestohlen hat der stehle nicht mehr sondern bemühe sich vielmehr mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe wer arbeitet soll den Bedürftigen geben können kannst du das tust du das kommst du vielleicht aufgrund deines Lebensstils die ganze Zeit bei plus minus null raus und kannst kein Almosen geben ihr lieben Almosen geben soll laut Paulus Teil deiner Finanzplanung sein wir sind aber auch dann Schuldner so Paulus wenn wir geistlichen Segen empfangen ich glaube diese beiden Aspekte werden hier in diesen Versen deutlich wir sind Schuldner weil wir Teilhaber sind und wir sind Schuldner weil wir geistlichen Segen empfangen haben schaut wie er sich hier ausdrückt in Vers 27 wenn die Heiden an ihren geistlichen Gütern Anteil erhalten haben so sind sie auch verpflichtet jenen in den leiblichen zu dienen und das möchte uns Paulus hier vermitteln wenn du geistlichen Segen erfährst sollst du das mit irdischem Segen vergelten möchte ich nur ganz kurz an Galater 6 erinnern wer im Wort unterrichtet wird gebe dem der ihn unterrichtet Anteil an allen Gütern das ist auch eine Schuldigkeit die man nicht einfordern muss und die wir auch nicht einfordern aber es beschreibt die Bibel trotzdem als Schuldigkeit und das alles schreibt Paulus nicht ohne Grund meine Lieben denn er hofft dass sie dieses Prinzip verstanden haben wenn er zu ihnen kommt denn er schreibt ihnen im nächsten vers ich weiß aber dass wenn ich zu euch komme ich mit der segensfülle des evangeliums komme er wird ihnen die segensfülle des evangeliums bringen und sie sollen ihn dann unterstützen wenn er auf dem weg nach Spanien ist dieser deswegen schreibt Paulus hier auch von dieser Schuldigkeit aber meine Lieben und das möchte ich hier betonen natürlich wir sind auch Schuldner und so weiter und das müssen dürfen wir nicht unter die wir hier in diesem Text finden und zwar ein Paradebeispiel christlicher Leiterschaft seht Paulus stellt sich hier nicht hin mit geschwollener Brust und sagt ich bin Apostel der Heiden ich habe göttliche Autorität und jetzt möchte ich und fordere ich von euch dass ihr spendet nein das tut er nicht er ist nicht Herrscher er ist wirklich Hirte er ist keiner der mit seinem Rang argumentiert sondern mit biblischen Prinzipien argumentiert und er befiehlt nicht wo es lang geht und das ist ein biblischer Leiter wie aus dem Lehrbuch diese biblische Leiterschaft ist sanft sie ist einfühlsam sie ist vor allem sie zielt vor allem auf die Überzeugung und nicht auf die Handlung an sich ab das heißt biblische Leiterschaft bestimmt in den seltensten Fällen wo es lang geht vielmehr ist sie daran interessiert zu überzeugen wo die Schrift uns hin leitet ein christlicher Leiter will somit nicht vorschreiben was er will sondern beschreiben was Gott will oh wie viele Gemeinden werden an dieser Stelle vor die Wand gefahren weil ihre Leiter Herrscher anstatt Leiter sind meine Lieben Leitung ist ja nicht nur Gemeindeleitung es gibt verschiedenste Formen der Leitung Küchenleitung Musikleitung Gemeindeleitung Kinderstundenleitung was auch immer und wenn wir dann so ticken ich habe den Hut auf ich bin der Leiter ich kann euch sagen wo es lang geht dann kann ich dir nur sagen das ist nicht die biblische und nicht die paulinische Art damit umzugehen du musst versuchen zu überzeugen was der richtige Weg ist und nicht diktieren was der richtige Weg ist und angewandt auf das Thema Geld möchte ich noch anfügen wir möchten von niemandem fordern ins Reich Gottes oder an die Bedürftigen zu geben aber wir möchten jeden davon überzeugen dass es tatsächlich biblische Pflicht ist und so wünsche ich dir diesen lebenswerten Lebensplan des Paulus meine Mittel seinem Reich seiner Gemeinde und dem Bedürftigen und dieser Lebensplan für die Finanzen ist wirklich ein lebenswerter Plan warum weil alle anderen Investments die du tätigst jeden Pfennig den du heute ausgeben und morgen ausgeben wirst den wirst du verlieren garantiert spätestens wenn diese Welt nicht mehr existiert das aber was du ins Reich Gottes investierst das wird nicht verloren gehen wisst ihr wer heute sein Geld in Aktien oder in andere Wertanlagen investiert der muss sich immer zwischen zwei Dingen entscheiden nämlich Sicherheit oder Gewinn das heißt entweder man geht volles Risiko unter und hat die Chance viel zu verdienen oder aber man setzt auf Sicherheit und minimiert damit die Chance alles zu verlieren wer aber in die ewigen Dinge investiert der hat nicht diese Wahl sondern hat immer maximalen Gewinn und auch maximale Sicherheit denn im Himmel gibt es keine Inflation und auch keinen Diebstahl und so müssen wir uns immer wieder sagen jeder Cent den ich ins Reich Gottes gebe ist kein Weggeben sondern ein Anlegen in die Gold Aktie des Himmels dieses Verständnis müssen wir haben wenn es um unser Geld geht es ist ein Anlegen jeden Pfennig den du heute ausgeben wirst oder den du morgen ausgeben wirst denk daran und wir müssen das auch ausgeben das will ich nicht kleinreden wir müssen Klamotten kaufen und auch Lebensmittel kaufen aber fürs Reich Gottes eingesetzt ist das immer die beste Investition und so wollen wir mit der Erwartung leben dass wir diese staubigen Straßen dieses Lebens bald verlassen werden und dann werden wir die goldenen Gassen des neuen Jerusalems betreten und dort werden wir den König sehen und im Glanze seiner Herrlichkeit wird alles andere wie ein unbedeutender Traum sein der bald verblasst und so wollen wir diese Welt nicht zu unserem kleinen Schloss machen als wenn das Leben ist alles was zählt nein unsere Lebensreise ist keine sondern wir wollen mit dem Bewusstsein leben dass unsere unsere Lebensreise keine Erholungsreise keine Lustreise sondern eine Dienstreise für die Sache des Königs ist und für nichts anderes hast du diese Ewigkeits Perspektive oder hast du dich einlullen lassen von den vergänglichen Ideen dieser Welt das ist heute die Frage und das kannst du prüfen an diesen beiden Fragen wem gehört mein Wille und wem gehört mein Geld und wenn du erkennst in meinem Leben geht an dieser Stelle tatsächlich was schief dann möchte ich dich nur ganz kurz noch zum Abschluss an zwei Sachen erinnern das erste ist ich möchte dich an Gottes Liebe erinnern du kannst nicht so viel gesündigt haben dass Gottes Gnade versiegt ist in Römer 5 20 lesen wir die Worte wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist da ist die Gnade überströmend geworden und Richard Sibbes sagt dazu es ist immer immer mehr Gnade in Christus als Sünde in uns mit anderen Worten Gott kann und möchte dir vergeben aber ich möchte dich nicht nur an Gottes Liebe und Vergebungsbereitschaft erinnern sondern auch an Gottes Macht er wird dich von aller oder er wird und kann dich von aller Müdigkeit und Kraftlosigkeit und Lustlosigkeit und aller Angst befreien sodass du mit Freude und mit Leidenschaft ihm dienst das kann er geben er kann das Feuer wieder anzünden sodass wir sagen können mein Wille meinem Herrn und meine Finanzen oder meine Mittel seinem Reich und deswegen würde ich dir gerne diesen Vers zum Abschluss mitgeben das ist ein Vers den ich eine Zeit lang den den ich zum Geburtstag gratuliert habe mitgeschickt habe vielleicht erinnert sich der ein oder andere der Gott des Friedens aber der unseren Herrn Jesus Christus aus den Toten herauf geführt hat den großen Hirten der Schafe durch das Blut eines ewigen Bundes er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk damit ihr seinen Willen tut jetzt kommt indem er in euch das wirkt was vor ihm wohlgefällig ist durch Jesus Christus ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit Amen damit sage auch ich Amen und ja wir können Gott danken und ihm bitten dass er das in uns tut lasst uns dazu aufstehen und das dann das Vielen Dank.